Jetzt ist Samsternachmittag. Angela Merkel war da. Sie hat noch einmal Rückenwind für die letzten Stunden des Wahlkampfs gegeben. Denn jetzt entscheidet es sich. Viele sind noch unentschlossen. Und dass wir die jetzt erreichen, am heutigen Nachmittag, am heutigen Abend, in den Kneipen, überall im Land, dann haben wir morgen früh die Chance, mit Frühstücksaktionen und vielem anderen mehr, die letzten zu wecken, damit es am 14. Mai, am Sonntag, zum Wechsel in Nordrhein-Westfalen kommt. Wir können vorne liegen. Wir werden vorne liegen, wenn alle mithelfen.